Willkommen zurück zur neuen Folge Minecraft. Und ja, schauen wir mal, ob wir es jetzt mal schaffen, dass vielleicht mal nicht irgendeiner stirbt in der Folge. Oder mir wieder Creeper durch mein nicht vorhandenes Dach durchbrechen. Ah, ich hab kein Holz. Von den Hütten? Nein, im Ofen. Es sind wieder Special Guests da. Unter anderem der unglaubliche Mitch.m. Äh, Müffelbüffel? Weitere Gäste? Ja. Müffelkuh. Also, seit der letzten Folge... Halt nicht mal ne Kuh. Die Leute haben sich seit der letzten Folge nicht verändert. Und deswegen habe ich jetzt gemeint, ich muss jetzt niemanden neu großartig hier haben. Doch, sie sind ein paar Sekunden älter geworden. Ja. Das ist richtig. Und weiser, und weiser bitte. Ja, das frage ich jetzt mal zu bezweifeln. Oh manno. Oh manno. Und da platzt uns gerade doch tatsächlich der Kobayashi Maru in unserer Let's Play Aufnahme. Zit, 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 zit. Oh, oh, Entschuldigung. Ohhhh. Und wir denn... Wir sind auch im komplett falschen Channel drin, fällt mir gerade so auf. So, ich hab da... Ihr seid euch selber stolz. Ich hab doch nen Aufnahme-Channel gemacht. Wir sind in den Heroes-Channel drin. Verdammt. Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Kuba, dafür kannst du nichts. Das ist einfach nur die Fehler von L.unes und K.adien. Warum denn ich? Da kann ich überhaupt nichts für. Ich bin eben erst nach Hause gekommen, da war ich mit den Hunden draußen und dann bin ich direkt hier aufs Dach gestiegen. Hallo, könnt ihr bitte beim Thema bleiben? Wir nehmen hier immer noch auf. Ach, das macht das Ganze doch lebendiger, das bringt dem Ganzen... Nein, falsch. Keine sexistischen Sachen sagen, Kuba. Schwung, Schwung rein. Genau. Nee, ich sag gar nichts. Oh nein. Was sagst du nicht? Was sagst du nicht? Das ist übrigens... Kuba ist übrigens der Imba-Schurke in unserer WoW-Gilder. Ja, also wer sich mit dem Damage angeht... Boah, hör auf, Cross-to-promoten hier echt. Eieieiei. Ich bin jetzt sogar eher zu schleimig. Verständlich. So. Yay, mein Haus nimmt Form an. Ich laufe hier auf dem schmalen Grat, ach verdammt, der meine obere Mauer werden soll. Das scheint nicht ganz so erfolgreich zu sein. Ja, ich baue an ab und zu mal etwas... ...komisch. Ey, ich hab jetzt echt gleich das Fenster... ...den Giebel fertig, zumindest auf der einen Seite. Ähm... Ach gut, ich hab noch was... Oh, es ist ja gerade Tag, dann werd ich doch mal vorbeikommen. Um mir mal einen Giebel einzureißen. Ja, dafür nehm ich die Endermen mit. Die klauen dir die Blöcke da draus. Wag es nicht. Die Endermen sind so ineffektiv. Ja, die brauchen... ...creeper. Die nehmen immer nur einen. Warum? 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 Moment, hab ich das verdient. Du warst ein sehr, sehr ungezogenes Mädchen. Das weißt du doch überhaupt nicht. Natürlich. Aber ich kann's da auch. Parmi, du sollst nicht immer unsere Bettgeschichten weiter erzählen. Es ist ein Eierdieb unterwegs. Wer ist unterwegs? Ein Eierdieb? Ein Eierdieb. Wieso wird's unsere Eier klauen? Ne, eure nicht. Tju. Der hat meine Eier geklaut. Oh! Da geht doch was. Aua! Was denn jetzt schon wieder? Ich bin von meinem Giebel gefallen. Der Eierdieb kommt zu deinem Haus, ich seh ihn. Da muss ich das Ganze auch mal angucken. Ja, das ist die Nachbarschaft der Verbrochenheit, ne? Ihr wisst schon, hier, äh, Nachbarschaftsrecht. Mindestens zwei Meter Abstand von Bäumen, die über zwei Meter groß wären vom Gartenzaun. Ansonsten hier können echt... Das ist einfach dieser Förster, echt. Alter. Ganz ehrlich. Cardi, du hast eine, eine Ente in deinem Haus. Bitte was? Das ist ein Enterman. Ein Enterman. Oh, da gehen wir aber langsam schon wieder die Steine aus. Brauchst du welche? Nee, ich glaube es reicht gerade noch. Oder willst du selber welche fangen? Auf deinem Dach ist auch ein, äh, zwei Hühner. Was machen die denn da? Dave, hör auf, Hühner auf mein Haus zu katapultieren. Zu katapultieren? Das ist nicht richtig so. Du wolltest die eigentlich in dein Haus packen, aber da sind alle weg. Ah, okay. Sie sind geflüchtet. Sag nichts Falsches, Michel. Sag nichts Falsches. Nein, ich halte mich zurück. Ein bisschen Jugend frei wollen wir hier noch bleiben. So. Ha. Mein Turm ist fertig, fast. Sein Turm steht. Ich weiß nicht. Ich versuch's ja, ich versuch's ja, aber, aber... Oh, Goldschwert und Goldschaufel. Warum brauchst du denn sowas? Oh, ein kleines Hühnchen. Schauert mich an. Ich habe einen Turm gebaut. Sieht's aus wie ein Penis. Nein. Wo ist denn der Dave? Ach, langweilig. Ach, da hinten ist er. Ich bin im Wasser gefangen. Ich sehe es. Ich denke, ihr wolltet nichts Sexistisches sagen. Nein, nein, nein. Der Mug ist auch drüber, dass nichts Sexistisches sagen. War super. Ja. Okay, also dürfen wir in diesem Let's Play auch noch die Stimme aus dem Off begrüßen. Genau. Was denn? Was? Dem Off. Das ist das Ding. Das ist das andere da. Hä? Das Off. Hä? Hä? Kennst du nicht den Zauberer von Off? Ich kenne nicht den Zauberer von Off. Ah, da kommt der Dave. Komm ins Ei. Ich schleiche mich auf dein Turbo. Ich sehe es. Verdammt. Ich hatte nur ein Ei und das ist gefährlich. Drei Blöcke von meinem ursprünglichen Minengang. Diamanten entfernt. Hä? Wo kommt denn der Pfeil her? Das ist eine gute Frage. Hast du das gesehen, der? Hier kam gerade ein Pfeil. Wahrscheinlich hatte ich der Dave einfach abgeschossen. Nee, nee, der Dave hat ja... Ah. Ja. 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 Oder ist das vielleicht doch gewesen? Ja, ja, ja. War das. Dieser Schuft. Ey, das heißt, ich habe schon sechs Diamanten gefolgt in den letzten 30 Minuten. Yeah. So, was brauche ich hier jetzt eigentlich? Macht schon Spaß. Ich brauche... Halt mal auf mich zu beschießen. Was ist denn das? Glas. Das ist ein Angriff auf die... eine Belagerung der Burg. Ich brauche doch... Alles gegen die Obrigkeit. Warum Belagerung Fabi, ohne mir was davon zu sagen? Hilfe! Ich habe doch TNT schon mittlerweile. Was? Mann, Mann, Mann. Ah, zwei Packerl habe ich. Das gibt's doch gar nichts. Mach auf mich. Doch. Aber... Ja. Das war jetzt auch kein Samen. Lass meine Eier noch hoch. Ja, gar nicht. Boah, jetzt geht das wieder raus. Ich spiele das doch gerne mit deinem. Was denn? Das Eierspiel. Achso. Wir spielen das... Spielen mit dem... Ähm... Und die... Nein, jetzt habe ich ja mal... Ja, aber das passt nicht mit Eiern zusammen. Das ist nicht pilotisch. Fabi ein kleines Borg geschenkt. Ein Borg geschenkt? Willst du irgendwas assimilieren? Wir sind die Borg. Ja. Ihr werdet assimiliert werden. Ja, du meintest mal... Widerstand ist... Stimmt, das habe ich vergessen. Mann. Fabi... Oh, seine Borg ist einfach eierresistent. Achso. Borg hast du gesagt. Haben Borg nicht sowieso keine Gefühle? Oder wie war das noch? Gleich. Es hängt davon ab. Siehste, jetzt werden wir die Folge nicht nur, ähm... von allen möglichen Leuten, die wir jetzt wahrscheinlich beleidigt haben, ähm... Nein, das haben wir... Das waren wir... Das war in der letzten Folge mit den Schalke-Fans. In der Folge haben wir vorgeschluckt. In der Folge haben wir vorgeschluckt. Genau, also in der Folge werden wir von erbosten Eltern und von Star Trek-Fans beleidigt. Äh, nee. Ja. Nö. Nö, also die Borg haben in der Tat keine Gefühle. Stimmt. Nö! Ja. Wobei ich natürlich sagen muss, dass, ähm, mir die Star Trek-Fans tatsächlich mehr Angst machen, als die hier... Schalke... Hey, nichts gegen meinen Bruder! Hey, hey! Dein Bruder-Schalke? Nein, ey! Nein, ein Sharknado! Ich wollte schon sagen... Aber Star Trek-Fans... Ach, jetzt kann ich eigentlich mit meiner Eisenhacke Sachen abbauen. Was brauche ich denn? Ich brauche... Ich brauche Ton. Ich brauche einen Blumentopf. Ich habe so viele Blumen und ich habe ein Regal neben dem Bett, aber ich habe keinen Blumentopf. Das ist schlecht. Oh, oh! Ich habe aus Versehen ein, äh, ja... Ein Skelett in dein Haus... in deine... in deinen Hühnergarten geworfen. Du hast ein Skelett in seinen Hühnergarten geworfen? Äh, Ian? Mhm. Wie kannst du Skelette werfen? Was ist die... Indem ich die haue? Man kann das sagen. Er hat wie Katapult. Moment, ich baue mir jetzt erstmal. Wie war denn das nochmal? Ähm... So... Meistens ist dieser Weg sofort... Polskeletten abschießen. ...so Creeper-mäßig belegt. Deswegen muss ich hier... Wie ging das nochmal? Wie baute man nochmal einen Bogen? Das war doch irgendwie Sticks in den Pfau und... und Faden da rein, oder nicht? Möglich. Ja. Hä, wieso? Du brauchst, glaube ich, drei Faden. Ach, scheiß. Ich habe die Eisenspitzhacke auf die falsche Position gelegt. Deswegen hab ich jetzt... Kommt denn da schon wieder wie ne Zombie-Brigade auf mich zu? Drei Stück? Ach, Zombies laufen nicht in Brigaden, was man verloren hat. Nein, Minecraft. Und da unten läuft ein Name unter dem Boden durch. Ja, unter dem Boden durch. Und hier schießt was auf mich. Wie, wie muss ich das anordnen? X von Sand und dann in der Rest Gantt, oder? Okay, ich hab keinen Sand. Wie gut, dass die Zombies nicht versuchen, durch meine Tür durchzubrechen. TNT. Ich finde keine Diamanten-Eisen, obwohl nicht so viel Boden. TNT ist sowas wie ne Atombombe, in dem spiel ich hier irgendwie. Naja, ne Atombombe macht aber mehr Schaden als das. Hallo, hast du schon mal einen TNT-Erschlag erlebt, Fabi? Einen Erschlag? Ach so, ein Erschlag verstanden. Alter, was ist denn hier für ne Party an meiner Tür? Bei dir ist Party hier? Monster, Monster Party, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich lade, ich erschieße nur die ungeladenen Freunde, die kein Hirn haben. Die kein Hirn haben? Kein Hirn! Die Intellektuellen dürfen rein. Du hast doch gerade gesagt, die keine Nieren haben, oder? Die kein Hirn haben. Aber die haben doch ein Hirn dabei, wenn du sie töntest, liegt es dann am Boden. Nein, auch nicht immer. Brains, das ist Wattenflash, keine Hirn. Ich bring dir ins Büro rein. Nein! Day, bitte nicht, mein Haus ist jetzt endlich mal fertig. Wieso machst du denn auf? Sie kommen rein. Ich dachte, du machst nicht zu, deswegen habe ich aufgemacht, weil du schon zugemacht hast. Yay, Kadi hat das Paradoxum ausgelöst. Und im Endeffekt ist die Tür in der Zeitraum. Ach du hast ja noch keine Rüstung und sowas. Doch, ich habe lila leuchtende Schuhe. Ah, ja. Das sieht ich übrigens. Ist fancy. Hä? Hä? Ich habe auch keine mehr an. Was soll denn das? Die sind wahrscheinlich abgenutzt, weil ich die gefunden habe. Ich habe dann Zalando zurückgeschickt. Verdammt. Erwischt. Ich habe im Dunkeln geleuchtet. Warte, ich schieße jetzt meinen Creeper von oben ab. Meine Folge ist sehr spannend. Man sieht mich nur einen Gang lang bauen. Ach, das ist, das ist interessant hier Minecraft. Links, rechts, unten. Ist hier Ziel schieben, äh Ziel schießen? Fabi? Nein! Jetzt hat Ade seinen Bogen zum Creeper runtergeworfen. Hahaha. Nicht, 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 nicht. Da ist ein Loch drunter. Gleich ist das Loch größer. Oh Gott, mein guter Eingangsbereich. Hallo, ich bin stolz auf dich. Du hast es geschafft, ohne mein Feld zu zerstören. Das kann ich. Was sagst du? Ich nicht gerade den Bogen wegwerfe? Nein! Hahaha. Wieso wirfst du dann auch deinen Bogen weg? Mach zu, da ist ein Creeper. Hey. Das ist ja alles easy. Ich bin ganz so viel Eisen momentan. Ich auch. Ich hab zwei Specs mittlerweile gefunden. Aber der macht das ja nicht. Spinne! Ich stehe direkt vor der Tür, der Creeper. Oh Mann. Ah. Wie ein Lächeln. Das darf ich gleich weglocken. Nein. Das passt schon. Oh, da gibt's nochmal Eisen. Da geht noch irgendwas bald drauf. Da sind ja nur zwei Klötze, die mich vorm Abgrund, die mich vorm Abgrund trennen. Knoten. Wo? Wo? Abgrund. Hinter mir war das. Was war das? In der Küche? Wo bist denn du her? Ich verteidige mich gerade. Ich hab hier ein paar mehr Zombies. Mehr Zombies. Zombiepiraten. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Richtung Zomme. Du müsstest doch mein Namensschild sehen über mir. Ah, da hinten. Tatsache. Hallo, wo mein Name ist. Da schnetzelt sich gerade einer durch die Zombies durch. Ey, ich brauch Level zum Verzaubern. Das ist doch Holz. Ich glaub ich hab gerade eine Verbindung zu eurer Mine gefunden von meiner Mine aus. Ja, das ist alles hier. Die große Höhle ist unter meinem Haus. Also weh, ihr buddelt nach oben. Wieso nicht? Äh. Oh, hier ist ja voll viel Eisen und so. Klaus, Fabi. Was brauch ich denn jetzt? Sand brauch ich. Das war's. Ich weiß nicht warum, aber ich hab das Verlangen, diese Mine zu sprengen. Nein. Verdammt. Mag es nicht. Ich hab ein Milch von mir selber gekriegt. So, gleich mein letzter Pickaxe kaputt. Ah! Nein, hier ist Lava gewesen. Mach's gut. Warum? Ach komm. Und Tod Nummer 2 geht an... Fabi. Ja, super. Ahaha. Hat wer von euch viel Essen? Nee. Aber so an mich müsste mein Weed oben ready sein. Das kann ich dann mal benutzen, um Kühe zu loggen. Ja, das wird jetzt auch mein erster... Meine erste Sache hier irgendwie. Hier... Die ist alles von der Creeper, das gibt's doch nicht. Oh, das war die letzte Spitzhack. So, dann geht's jetzt nach Hause. So, den einen habe ich schon mal erlegt. Für mich bedeutet es, die Suche nach Diamanten geht's weiter. Ich bin tot gewesen und jetzt habe ich wieder alles in die Lava gefallen unten. Wunderbar. Ja, kannst du ein neuer anfangen. Ach, scheiße, echt. Ich kann dir ein bisschen Eisen abgehen, wenn du magst. Ich habe ja gar nichts mehr. Ich muss wieder zum Holz holen. Wir haben nicht mal mehr Steine und ich wollte ja gerade mal eine Burg oben ausbauen. Deswegen nimmt man ja auch nicht alles mit. Da war ein kleines Loch, ein pitzelfutzel kleines Mikroloch, in das ich gefallen bin. Das... Er hätte mich auch was getötet und darum hat man immer einen Eimer auf der 2, auf dem man wie behält aufdrückt. Ja, aber Michelle, ähm, das war ein riesiger See, der da unten drunter war. Ich bin ja irgendwie vier Blöcke nach unten gefallen in den Lava rein. Ah, du bist durch ein Loch in einen See gefallen. Ja. Okay, das ist natürlich beschissen. Okay, da kannst du nichts mehr tragen. Ja, aber deswegen baut man ja auch nicht unter sich ab. Hab ich doch nicht. Das Loch war einfach im fucking Boden. Das kenn ich aber. Also du baust einfach deinen Gang, hast schon den Tunnelblick drin und auch... Pah, man hat schon den Tunnelblick drin. Ja, aber das war ja die fucking Miene, da ist überall Wasser gewesen und zwischen dem Wasser war irgendwie so ein Pfutzel-Fitzelblock, ey. Also wirklich. Ich verklage denjenigen... Ich weiß, was du meinst. Der Minecraft programmiert hat. Viel Spaß daran. Ne, der diese scheiß Höhle da unten gebaut hat. Da waren schon Fackeln überall. Die Höhle war schon von Anfang an da. Fackeln überall? Dafür baue ich, dafür haue ich jetzt hier diese ganzen Birken weg aus Trotz. Ähm. Könntest du mal... Ja, wobei Birken, ja. Scheiß, war Pionier-Bombard. Kannst du weg machen? Kommt wieder. Ich wachs nie von alleine. In dem Sinne natürlich nicht. Oh mein Gott, ey. Was glaubst du hier? Hier Real Life Online oder was? Ja. Real Life Online ist sogar so eine geile... Oh man. Ja. Ey, diese Scheißbäume, die sich bis sonst wohin verästeln. Die muss ich hier einen ganzen Berg aufschütten, um an das Holz zu kommen. Oh man. Ich kann mir jetzt endlich eine Diamond Pickaxe bauen. Uhuhuhu. Kann ich auch machen, aber ich will die erst verzaubern, bevor ich sie mit zurück. Stimmt. Oh, ja gut. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich erstmal mein Zeug einschmieden, eine Eisenrüstung bauen und auf die Suche nach hier epischem Zuckerrohr gehen. Ja, wenn du einen Gefährten brauchst, dann sag mir Bescheid. Ahhhh. Was soll ich denn zu eingefärbtem epischen Zuckerrohr sagen? Ja, jetzt muss ich... Nicht du, aber es hat schon gepasst. Muss ich wieder... mir krampfhaft hier Holz erstellen? Ich brauch ne Schere. Ich muss die Bäume beschneiden, um mir eine Hecke zu bauen. Ich wüsste, wo eine liegt. Nein! Nicht meine Schere. Stimmt, jetzt weiß ich's auch wieder. Danke, Fabi. Das ist alles, was ich habe. Ich will meine... Ich will meine Schere zurück. Bevor sie auseinanderbricht, das ist... Das passt in Minecraft sogar. Das passt sogar, ja. Jaja. Du bist nur den armen Mann, der seine... der alles verloren hat. Aber du hast doch eine Schere. Noch. Noch. Nein! Warum seid ihr so gemein? Weil wir es können. Schaufel... Was ist das da? Eisenhacke. Ich brauch ne Axt, ne? Für Bäume. Ja. Ja. Aber da fehlt mir genau... Alter, wenn jetzt der Baum sich unter mir abbaut. Nee, kann er ja nicht. Hier ist ja noch was drin. Ah, da. Nein. Ah, so rum. Ist das wohl möglich... Diamant? Ich glaube schon. Ach nein, das ist Maragd. Hat dieser Elenden diese Hunde-Sohn schon wieder einen Diamanten gefunden? Nee, ist Maragd. Aber das kann man als Tausch während mit dem für die Villager. Ja, das stimmt. Ich habe auch einen gefunden. Ja. So. Spitzhackle. Also wenn du oben halten möchtest, können wir uns gleich auf den Weg machen. Und ein bisschen... So. Zuckerrohr suchen. Ja, ja, ja. Der Zuckerrohr könnte mir auch welches mitbringen. Mir reicht schon eins. Ich muss bloß kurz noch hier Zeug anschmelzen. Derweil gehe ich noch... Ender zwei von den ähm... Mein Feld muss... Ich habe ein bisschen tragischen Todesfall und alles von mir. Dann beenden wir am besten jetzt mal die Folge und... Genau. Und machen dann einfach in der nächsten Folge wieder hoffentlich ohne Todesfall weiter. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.